Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play! War of the Lich King! Wir suchen das nicht entzündbare, glaube ich heißt das. Nicht entzündbare Signalfeuer oder so. Das müsste hier irgendwo rumstehen. Nein. Nötig nicht entzündet. Achso, nicht entzündetes. Ne, das ist falsch. Ich meine so ein kleines Häufchen. So ein Stab, das haben wir uns schon angeguckt, das weiß ich. Ach, so malig aus hier, das ist ja... Wow, das ist furchtbar. Ne, ne, ne. Da hat auch nichts anderes zu tun als durch die Gegend zu fliegen und irgendwelche Mops anzureifen. Und dabei das ganze Bild zerstören. Ich frag mich, weil da ist es. Plopp. Plopp. Haha. Ach, wie nett ist das denn. Oh mein Gott. Ah, da hat die Lische angezündet. Vielleicht ist er dann endlich weg. Aha, da kriegen wir auch noch einen Rundflug, wo sonst. Ein der Drachen-Tiefler cool gewesen, wenn man den auch bekommen hätte. Und man, nö, man kriegt nur diese nicht so ähnlich aussehen. Da sind wir schon wieder hoch in den Exus, ey. Jetzt ist er keine Elite mehr. Hat aber immer noch, äh... die Millionen leben. Äh... Das Model kriegen wir. Ein lustiger, zuckender Drachen. Zerogosa, was ist mit euch geschehen? Wir haben ihn angezündet. Und ein Grillhühnchen aus ihm gemacht. Wirklich? Jetzt bin ich natürlich da ein, wo es am meisten Mobs gibt. Kein Problem. Das ist ein komischem bisschen fertig. Ich meine, die D war ja ganz nett. Warum habe ich Aggro? Unglaublich. So. Komisch. Wir bringen die Gefährte nochmal. Jetzt soll er seinen Platz übernehmen. Da ist er immer nur rum. Naja. Ja. Oh ja, hier gab es immer viele Faustwaffen. Und Richtungsdurchschlagswertung gibt es wieder. Oder gab es hier. Ja. Ja. Ich glaube, die Schwester können wir tragen. Aber das ist nicht so wirklich was Tolles. Jetzt müssen wir in den Nexus. Eine Dungeon-Quest. Der Meister hat mir die Dungeon-Quest. Wie ihr seht, hier nicht irgendwo in der Dungeon-Quest. Sondern musste die irgendwo aufholen. Und dann musste man die dann irgendwo wieder zurückbringen. Ja. Vor allem das Tolle war, wenn man es dann irgendwann geschafft hat, die Dungeon zu machen. Ich habe nie oder ich habe dann oft gesucht, wo ich die Kack-Questile abgeben kann. Und derweil hatte man dann irgendwas Besseres bekommen. Komm. Das Compendium gibt es allerdings, ne? Das ist etwas Lut. Ne, das ist etwas falsch. Die WM. Haben wir noch kein Anschluss hier drauf. Kalex. Nö. So, wir sind jetzt weit durch. Die haben wir ja irgendwie nicht verstanden. Die müssen wir aber auch wieder in die Höhle müssen wir da rein. Gut. Die Höhle habe ich gerade gerade keine Lust. Dann fliegen wir da hin. Der Winterfluss noch. Hä? Ich verstehe, wir fliegen einfach mal hin und gucken, was uns da so erwartet. Ich denke mal, das sind Blümchen. Da kann man doch nichts abgeben, ne? Ne. Wir können hier mal gucken. Das war auch noch recht viel erledigen hier. Da hatten wir die Quests angenommen von dem Stein. Die Höhle haben wir hier. Ja. 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 Ich bin schon! Ich bin schon! oh oh da kann ich denn...ö...schrott Ja, das ist gut, man. ja so er ist aber auch eine Idee erledigt ist gut das haben wir auch schon ein bisschen weiter auch gebraucht ich habe den Mops so beieinander kleben ich kann Pulse ein mit den anderen drängen mit es da immer ja gut geht jetzt nicht die größten ich denke ich habe eine sache jedes mal stundenlang aufregen das war kommen aber dann zu tun einfach glaube ich will den ganzen Platz holen und dann kommen wir ja gemütlich langlaufen ganzen Kakunde ich glaube ich muss eigentlich mal was anderes denken Ui, kaka... das mit der Akron ist hier so ne sache glaube ich das lobe ich mir aber jetzt leagend und wenn man den Tank irgendwann an nimmt dann hast du ja auch noch das ist schwer die wieder zu verlieren aber es funktioniert kann die auch verlieren die Gesellschaft ist willkommen ein tag ab sein oder auf deiner seite ja da durch fliegen schon wieder so viele leute da so und was was und 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 Das war's. Oh, ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Wenn wir... Hm. Na ja, was soll's. Ich würde sagen, wenn wir es schaffen, noch den Drang zu nehmen, dann können wir es vielleicht überleben. Plop, war ich tot. Drei Stück kommen. Wann hat der Intelligenz auch? Ich dachte, das wäre irgendwas für eine Quest. Na, ich hätte doch mal vorher drauf gucken sollen. Ah, ja. Schön. So. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in den letzten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW, War of Flitch King. Und zwar machen wir hier ein bisschen weiter, wenn wir keine Lust mehr haben, hier weiterzumachen. Würde ich sagen, gehen wir ins nächste Gebiet. Doch. Na ja. Auf jeden Fall würde ich sagen, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr nichts verpasst. Es ist kostenlos. Lasst einen Daumen nach oben da, ich würde euch sehr freuen. Teilt das Video mit euren Freunden und bis dahin, auf Wiedersehen.